um probiert einfach mal nicht schlops die Wurz eine Ehe war lieber und er war ja während er die Waffe zieht jetzt sieht man ja was hier wo auch die Leuchten ja so war junge junge hey ach du heilige gute hey bei diesem Spiel zählt es immer schlimmer geht immer schlimmer geht immer kennst du den Spruch nicht, ist ein ziemlich guter Spruch finde ich irgendwo hab ich ihn schon mal gehört ach, kennt man so aus allerlei Disney Comics ja, kann gut sein Metzl, 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 Junge doch, Junge da wo Schleger der Maus hast du, die geht gleich kaputt hier ja kannst die Viecher nicht eigentlich die Zang nehmen hab ich das erlernt, weil ich gar nicht doch irgendwas in der Richtung hast du doch gelernt ja die Zang, doch tatsächlich ah, ich schwa was mal kannst du Gift draus braun Junge, Junge oh richtig schön, Cola tut so gut ehrlich, ich hab überhaupt nichts koffeinhaltiges heute zu mir genommen hm hm wir haben sogar, warte äh, wann war das? gestern? doch gestern bei in Kunst haben wir auch schönen Kaffee bekommen ähm ah ja, stimmt das haben wir auch ne, haben wir nicht aber da ich in diesem anderen Kunstkurs noch zusätzlich sitze hab ich es doch ach so, ok mitbekommen ja noch zusätzlich ja ist wieder rumgeschleimt um bessere Noten zu bekommen ja ja war aber nach der Zeug des Konferenz von daher machst du eigentlich, äh, jetzt, äh, Kunst oder Literatur? naja, da ich in Kunst ja eigentlich, äh, eigentlich eins stehe mach ich auf jeden Fall Kunst weiter na gut, dann viel Spaß also du, ähm, machst Literatur? ja ja Kunst stand ich ja nur 3 ich hatte, ja Arbeiten waren 2, 2 mal 2, aber na na sind wir dann doch zu aufwendig hm naja, sie eben selbst überlassen so ein Filmchen drehen, weil ich dann hier vielleicht noch hochladen könnte find ich dann schon doch interessanter ja wenn ihr da irgendwelche Nebenrollen braucht, könnt ihr mich ja fragen, sowas interessiert mich eigentlich auch aber wenn wir noch irgendwie so, 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 so und Protokolle prostituierte für Männer-Bauern naja, mal schauen, weil ich noch nicht, warum, was es jetzt geht geht und gehen wir es noch nicht mehr wer es unterrichtet anscheinend vorwiegen Fels hat Lück jedenfalls gesagt okay definitiv nach so dass die wir nicht immer ich gesagt habe ich nicht noch gesagt definitiv nicht oh my gosh da steht was von Problem mit der Internetverbindung ein Problem mit der Verbindung wurde erkannt Skype versucht jetzt wirklich genau jetzt den Anruf wieder herzustellen auch mein Gott ist ja so abgebrochener Anrufe ja verdammte Scheiße hier geht gar nichts mehr verdammt meine Jüte und für nur als Vorwarnung für den Fall dass ich gleich weg bin weil Skype abkackt hier ist die Vorwarnung kann gleich passieren eventuell sonst würde ich nicht diese komische Nachricht kommen ja gut ähm wo war es Samuel Samuel wo ist er Laris Orkwildner der hier ich habe mir die unerschlossene Mine im Norden von Geldern angesehen die Mine dürfte jetzt sicher sein gute Arbeit ich werde sofort alles weitere veranlassen damit das Schürfen beginnen kann ich kann man gut gebrauchen Fremder hier ist dein Sold das sind ja auch so viel Goldein jetzt noch übrig geblieben zeig mir deine Ware muss man schon sagen trotzdem gefällt mir das was er hat dann ja ja wegen Dingen zur Verfügung die Probleme erledigen sich von selbst na na sie hat neue Schülsäden das ist alles der selbe alles wachsende irgendwann ist so lange können wir jetzt hier geben Prozent dieser Nummer ja genau das sagen wirken ich habe Schwefelbrocken 30, habe ich gesagt. Bist du taub? Geh und hol den Rest. Ich habe nur 29. Was ist das für eine Scheiße? Ha. Das ist jetzt aber wirklich komisch. Normalerweise hatte ich dann immer sogar etwas über. Dann schneide ich hier und dann gucken wir uns nochmal um. So, jetzt müssen wir aber genug haben. Hier, ich habe Schwefelbrocken. Gut. Ich betrachte die Sache als erledigt. Hier, dein Lohn. Okay, und jetzt Goldminen, ne? Ähm, wenn du willst. Was soll ich mit den Goldminen machen? Ich warte schon seit Tagen auf 50 Goldbrocken aus den Minen im Norden. Geh und bring sie mir. Wie du das anstellst, ist mir gleich. Ah. Wo ist eine... Mach es. Wo ist denn... Wo ist eine Goldmine dann? Ähm, geh wieder Richtung Schwefelmine. Oder noch weiter, oder was? Ja, aber dann wird es ein bisschen ungemütlich. Da musst du nämlich durch den Wald stapfen. Ist ja unverschämt. Den ganzen Scheißweg da wieder laufen. Nur für so ein paar piesige Goldbrocken. So, und jetzt rechts in den Wald. Hier? Du musst jetzt... Nee, 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 links. Geh, versuch, oben rumzulaufen. Ja. Gut. Ähm, du musst jetzt wirklich quer durch den Wald durch. Oh mein Gott. Ist das schon Kampfmusik, oder? Ja, ist es. Was für ein Viech nähert sich mir hier? Irgendwie sehe ich hier nicht. Oh, oh, ich habe Angst. Fuck. Von wo, von wo, von wo? Ah, nein! Boah, das Ding ist jetzt eine gezogen, ey. Die haben sich so getan, diese Säcke. Los, sei mutig. Sie sind auch schon längst tot. Nein, sei mutig und geh schnell in den Wald. Immer weiter, keine Angst. Aber jetzt leg dich doch nicht mit irgendwelchen harmlosen Fienden an. Oh, nicht schon wieder. So, ist doch alles Wunderbärchen. Wunderbärchen. Gut, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Blutpflege. Hey, wo rennst du hin? Hier oben lang, oder? Äh, da halte ich weiter rechts. Na gut, dann halte ich mich hier. Und links. Und links. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Hemmung, genau in den Wald reinzulaufen, ne? Keine Ahnung. Ja, guck mal, diese kommen einfach aus dem Unterholz. Junge! Biss dich, Alter! Hey, in diesem Wald gibt es noch viel schlimmere Gefahren. Oh, ne, wie so muss man das jetzt sagen. Ja, damit sie nicht gleich hier so stießt mit WTF und so. Stich ja schon, eh, so. Oh, meine, was zum Teufel. WTF. Äh, da muss jetzt tatsächlich gerade auslaufen, ne? Nicht ernsthaft. Doch, ernsthaft, los. Hallo, ich habe dir gerade eben gesagt, sei mutig. Geh mir nicht bei, Jan. Übrigens. So, hast du auch in Gothic 1 und 2 gemacht. Dann musst du nicht unbedingt jedes Vieh töten. Weil hier ist einfach jeden Stein da. Und dann würde ich mir... Ja, bevor wir sterben, wollen wir uns erst nochmal richtig schlau machen. Äh, Blitzbeschwörung. Du wirst jetzt keine Magie benutzen, um Gottes Willen, nein. Nein, das ist... Das ist... Lauf, versuch irgendwie an sie in ihnen vorbeizukommen oder schieß ihn so... Jagd ihn so viele Pfeile in den Kopf, bis er nicht mehr kann. Bis er nicht mehr... Bis er nicht mehr kann. Äußerst geschickt. Hab ich getroffen? Hab sogar trocken. Hey, hast doch getroffen, oh. Klar. Voll in den Kopf rein. Bis dich, Alter. Kannst aber mit der helle Bader den Rest der Dating, oder? Nö. Hat aber wunderbar geklappt. Er hat sogar Wein dabei, uh. Ja, das sind eben echte Feinschmecker. Ja, klar. Noch irgendwelche Oger hier, oder? Natürlich. Natürlich. Die tauchen eigentlich nie alleine auf. Und rechts hab ich gerade irgendwas Egliges gehört, so... Ripper, oder was ist das? Ja, Ripper. Du, meine gute Güte hier. Schleich dich dran vorbei. Tja, kann man sich ja echt nicht mal hier so... Guck mal echt hier und nur noch sagen, hässlich, hässlich den Glühstrumpf hier. So, jetzt nimm mal wieder normale Pfeiler, er brennt ja schon. Seh ich gar nicht. Da braucht drauf, der Brems. Ist ja noch einer. Junge jetzt. Pies dich. Ich zieh ganz durch und immer auf den Kopf ziehen. Warte, warte, warte. Hier, der Bade, hier, der Bade, hier, der Bade. Halt ihn hier so weit wie möglich auf Abstand. Nein, jetzt geh in Rückzug, das wirst du nicht überleben. Meinst du? Der wird dich, der wird dich zu Brei verarbeiten. Oh, nicht drauf, Junge. Quatsch. Ich seh aus wie Brei. Ich seh aus wie Brei. Ja. Ich kann ja eben nicht alles prognostizieren. Beim letzten Mal bei dem Oga hat's geklappt, glaub ich. Hast du auch gesagt, 3, 2, 1. Ja, genau, da hab ich runtergezählt und das hat genau gepasst. Ja. Aber jetzt hab ich mich wirklich geirrt. Das find ich jetzt echt... Strange. Das ist jetzt voll desillusionierend. Desillusionierend. Der Endzeitspruch hat nicht geklappt. Tja. Hier müssen auch irgendwo Trunen sein. Der Preis dafür, die Oga fertig gemacht zu haben. Das war aber Alu, oder? Hm. Gut. Ich denk schon. Blitzbeschwören, Verwandlungstrank, das Camager-Eye, magisches Erz. Ja, das ist auch Ripper, wunderschön. Oh, ne Karotte, junge, junge. So, jetzt sag mal, wo geht's jetzt hier? Hier lang? Nee, rechts, rechts, rechts. Da? Da auf die Felswand, so da hinten. Also doch, 10 Ripper. Ja, irgendwie. Wobei der Ripper? Jetzt wäre Ripper weg. Das ist ja echt strange. Geh einfach, die Ripper sind ja gar nicht so aggressiv, nur wenn du zu nahe kommst. Achso. Hier, ich konnte es erst nicht glauben, aber da ist tatsächlich eine Goldmine. Mein Gott, mitten im Wald, ey. Was bist du hier für einer? Das ist keine Mine, wenn du es dir mal genau anschaust. Was bist du denn hier für einer, ey? Was machst du denn hier so alleine? Was du hier siehst, ist alles, was von der Mine hier übrig geblieben ist. Ivan, das abtrünnige Söldnerschwein, hat hier alles vernichtet. Was ist passiert? Ivan, das Schwein, sollte mit seinen Söldnern auf die Mine hier aufpassen. Doch kurzerhand bringt er alle um und macht sich mit dem geschürften Gold aus dem Staub. Ich würde viel Gold bezahlen, wenn jemand diesen Gottlosen ins Jenseits befördert. Das ist schon alles klar. Alles erledigt. Brauchst du Hilfe? Soll das ein Witz sein? Schau dich doch mal um. Ich brauche mehr Werkzeug. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche mehr Männer. Von alleine springen die Goldbrocken nicht aus dem harten Felsen. Geh und sprich mit Samuel, dem Anführer der Söldner, in Geldern. Er soll mir neue Männer und Gerät schicken.